Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück, es ist soweit! Let's Play Portal, die letzte Testkammer, die 19. Auf geht's! Willkommen beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Kuckuckuckucket. Okay, das hat man jetzt sogar so ein bisschen verstanden, bevor der Kuchen serviert wird, meinte sie wahrscheinlich. Ah, okay. Nochmal mit Kapseln arbeiten, giftiger, irgendwas brühe und es gibt Kuchen, Leute! Der Kuchen! Ah, okay. So, erstmal zusammenfassen. Wir haben bis hierhin 22 Radios und 30 Kameras. Und hier sollten jetzt die letzten drei Kameras überall rumschwirren. Da ist schon mal Nummer 1. Manche Objekte sind wichtig für ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Bla, bla, blopp. So. Zwei Kameras fehlen noch. Die müssten aber auf den Weg jetzt noch kommen. Dann haben wir tatsächlich alle 33 Kameras, außer der einen, die ich verschlafen habe, gefunden. Aber ihr wisst, wo die ist. Und dann, aha, da sehen wir schon mal die nächste. Gott, hier wird ja überall rumgeballert. Oh, eine unerschöpfliche Energiekapsel, die immer hin und her bouncet. Okay. So, wir müssen also erstmal das Ding aktivieren. Gut, das kriegen wir hin. Ja, alles klar. Alles klar. Einmal. Zweimal. Und weg damit. Jawohl. So, jetzt bewegt sich der Lift. Und dann können wir hier weitergehen. Aber ich laufe schon mal vor. Das geht ja hier prima. Können wir hier rein. Und dann können wir das machen. Und dann drücken wir den Knopf. Und können wir hier hin. Und warten, bis der Lift hier ist. Jawohl. Natürlich ist der genau auf unserer Höhe. Ey, doch. Äh, wo auch immer ich den jetzt hingeschickt habe. Ich glaube, irgendwo... Ja, da hinten ist er. Sehr schön. Und da ist die letzte Kamera. Jawohl. Wir haben sie. Wir haben alle Kameras. Was ein Akt. So. Das kriegen wir auch noch hin. Ja, 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 ja. Oh Gott, oh Gott. Jetzt können wir... Oh, Kuchen. Wir haben es geschafft. Wir sind durch. Gratulation, der Test ist vorüber. Alle Appertür-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Moment, was? Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Gerätefehlfunktionen kommen kann. Ach, du Scheiß. Das ist die Teilnahme an dieser Enbridgement-Aktivität von Appertür-Science. Und Dampf. Oh Gott, oh Gott. Ich werde wirklich gebacken. Die hat nicht... Die hat keinen Spaß gemacht. Okay, hier kommen wir raus. Hier kommen wir raus. Hier kommen wir raus. Hier kommen wir raus. Oh, ist das heiß. Oh mein Gott. Was machen Sie da? Stopp jetzt. Ich, ich, ich... Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben, wo wir so taten, als wollten wir Sie töten. Wir sind sehr, sehr froh über Ihren Erfolg. Wir geben eine Party zu Ehren Ihres enormen Erfolges. Ja, nee, ist klar. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gestreizten Armen auf den Bauch. Ein Partymitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Mhm. Versuchen Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verpassen das Fest. Ja, nee, ist klar. Verarschen kann ich mich alleine, ey. Aber ich höre noch ein Radio. Sag mir nicht, da unten ist ein... Freunde, da steht ein Radio im Feuer. Boah. Natürlich, die bleiben ja alle bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Ist natürlich vollkommen logisch. Okay. Ähm... Ah, nein, nein, nein. Bloß nicht runterfallen. Ähm... Kann ich da nicht... Aha. So. Oh Gott, oh Gott. Kriechen, Freunde. Kriechen ist die Lösung. Oh Gott, das wird heiß. Wo ist das Radio? Da, genau unter mir. Oh, nice. Grab it. Ich hab's. Oh. Der Wahnsinn. Kühl erst mal ab. Du bist bestimmt tierisch heiß. Ich fass dich nicht mehr an. So, da kommen wir leider nicht durch. Aber wir könnten doch da hoch irgendwie. Das kriegen wir doch bestimmt hin. Und wo musst du eigentlich hin? Musst du nicht hier irgendwo? Äh, natürlich. Du musst dann mitfliegen, ne? Okay, ähm... Okay, ähm... Das haben wir aber schon gelernt, wie sowas funktioniert. Irgendwie hier durch. Mal sehen, ob das schon passt. Nee. Nee. Okay, vielleicht nicht werfen, sondern nur fallen lassen. Dann hast du zu viel Vorwärtsimpuls. Hopp. Nee, auch nicht. Vielleicht ein bisschen weiter da. Nee. Ähm. Okay. Ähm. Dann gleich... Ohne, da vorne fällt's ja durch, ne? Sag mir, dass du oben landest jetzt. Yeah! Und es bleibt liegen. Nice. Okay, das... Na gut, ich bin ein bisschen schwerer. Ich brauch's hier. Ha! Okay. Hier ist aber auch noch nicht... Dein Spot, wo du hin musst. Wo musst du hin? Wo müssen wir jetzt hin? Okay, wir nehmen dich einfach mal mit. Hatten wir schöne Musik. Auf dem Weg hier raus. Yeah. Go, 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 go. Ey, ey. Boah, alles so durchgerostet hier. Sehr gut, sehr gut. Mal so. Oh. Ah, weh. Die Tür ist offen. Oh mein Gott. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich noch... Ja, okay. Hier geht's eh gar nicht. Hey! Offenbleiben. Geht's eh nur um zu lang? Oh! Okay, die sind aber... Die sind unfertig. Oh mein Gott. Oh. Guck mal, hier ist das Lager von diesen ganzen... Oh Gott, die werden zum Einsatz gerufen. Sie jagt uns. Oh. Wo müssen wir hin? Okay, wieder so ein Kombinationstürschloss haben wir nicht. Da ist aber eine Klinke dran. Da kommen wir weiter. Hey. Ähm. Wait. Hier. Und weiter geht's. Hallo? Wo sind Sie? Sie sind doch hier. Ich kann es fühlen. Aber du siehst mich nicht mehr. Weil du keine Kameras hier hast. Haha. So. Ähm. Okay. Ich glaube irgendwo hier... Ha. Perfekt. Ähm. 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 Hier hatten wir doch... Ja. Hier hatten wir eine Wand, wo wir ein Portal setzen konnten. Äh. Ähm. Ähm. Ah ja. Nein. Ja. Geht. Mitkommen. Wo musst du hin? Hier muss nichts hin. Ah. Hier. Ah. Stimmt. Ich. Hey. Warum ist die abgeschlossen? Okay. Hier. Du musstest hier rein, ne? In diese... Ja. 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 Doch. Ich weiß schon wieder. Ich... Komm ich hier rüber? War das? Ja. Genau. Da muss ich rüber springen. Oh Gott. Hä. Äh. Yeah. Klappt. Bitte nicht zusammenbrechen, auch wenn ihr rostig seid. Ah. Hier geht's rein. Perfekt. Oh. Meeting Raum. Was haben wir denn hier? Dollars and Cents. Competing with Black Mesa. Okay, Freunde. Hier kriegt man zum ersten Mal mit, in was für einem Universum wir uns eigentlich bewegen. What is Black Mesa? Ja, ja. Ja, ja. Black Mesa Aperture. Proposed. Awarded. Okay. Five years you review. Okay, hier lernt man ein bisschen was über die Hintergründe. Und wo sind denn alle? Alles verlassen. Hier laufen irgendwelche Programme. Hallo? Oh. Das kennen wir doch. Das war doch hier, äh. Testkammer 14, glaube ich, ne? Aber hier ist niemand. Sind wir hier? Ha. Das kennen wir doch auch. Das war die unmögliche Testkammer. Wow. Jetzt sind wir hinter den Kulissen, Leute. Aber wo müssen wir hin? Wo geht's hier raus? So, und du bist bestimmt hier irgendwo rein. Ja, doch. Na klar. Sehr schön. Das haben wir schon mal. Aber du gehst mir auf den Keks. Weg. Okay. Wahnsinn. Diese ganze Giftbrühe überall. Sind das hier die normalen Abwässer oder was ist das? Wow. Hey. Da hat wieder jemand was rangepinselt. Flucht nach oben. Ausgang. Okay. Ähm. Ausgang. 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 Erstmal hier hoch. Okay. Hier ist nichts. Müssen wir da rüber irgendwie. Das kriegen wir auch hin. Yeah. Was machen Sie denn? Sie haben's noch nicht geschafft. Das ist die falsche Richtung. Hallo? Ist da jemand? Ja, wir sind hier. Aber wir reden nicht mehr mit dir. Wir haben noch nie mit dir geredet. The Cake is a lie. Ja, das haben wir jetzt auch gelernt. Ich wollte aus uns ein Kuchen. Wir sollen doch da jetzt nicht ernsthaft rein in die Röhre, oder doch? Ach du Scheiße. Okay, spielen wir mal Würfel. Jetzt. Wah. Da lang. Okay. Ich mach nichts, ne? Ich werd grad... Okay. Wah. Wo sind wir? Wo geht's lang? Hilfe! Okay, runter. Alles klar. Hier, ja? Dann... Ach, nein! Der Test ist vorbei. Gewonnen. Gehen Sie zum Reichterbekomplex. Zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll. Und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's. Kommen Sie zurück. Ha, ha. Als ob ich zurückkommen würde. So, aber hey, jetzt brauchen wir doch... Moment. Ach, nee. Stimmt. Zu dem Zeitpunkt hatten wir ja noch nicht beide Portale. Witzig. Jetzt können wir die Testkammer so lösen. Au. Und der Fahrstuhl ist weg. Ach. Wird's hier runter? Wow. Ja, der ist oben. Der ist eine Etage höher gefahren. Na denn. Hä? Oh je, der Kuchen ist abgeschnitten. Hä? Ich hab gesagt, Sie sollen warten, aber Sie wollten nichts essen. Es ist aber noch da, wenn Sie welche verarbeiten. Nein, danke. Wenn ihr aus den anderen Menschen, die hier vorher lang gerannt sind, Kuchen gemacht habt, möchte ich davon bitte nichts essen. Ähm. Okay, erstmal hier rein. Geht das hier? Ja. Ähm. Ducken und kriechen. Okay, jetzt sind wir... Erstmal hier. Wo müssen wir denn hin? Kommen wir hier vorbei, Mann. Aber drüber. Dankeschön. Treppe. Was steht hier? Your protection must be warned in this area. Ja, hier ist laut. Boots. Okay. Ich nehme mal an, wir müssen... Ja, ja, ja. Da ist wieder so ein Gekritzel. Irgendjemand hat es schon vor uns geschafft, hier diesen Ausweg zu finden. Und gibt jetzt jedem, der hier noch gefangen ist, also uns damit, Hinweis, wie wir landen müssen, aber wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da hoch? Hier mit dir? Rup, rup. Ah, alles klar. Okay. Jetzt kommen wir hier quasi durch die Decke. Jawohl. Hep. Ah, okay. Wenn du jetzt das nächste Mal ausfährst, kommen wir hier rüber. Perfekt. Nice. So. Was haben wir denn hier? Kann man hier ein Portal reinschießen? Ja, kann man. Gut. Oh Gott. Dann fallen wir hier rüber durch und sind... Ähm, ähm, Orientierung. Wo sind wir? Alles klar. Von da aus haben wir das Portal geschossen. Und jetzt wollen wir da hoch. Denke ich doch mal. Ja. Ähm, ähm. Perfekt. Nice. Okay, Freunde. Aber es ist schon wieder Zeit, den Part zu wenden. An dieser Stelle wird, glaube ich, eh nur der Bildschirm... Genau, hier wird nochmal geladen. Und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Wir versuchen zu entkommen. Wir haben alle Testkammern hinter uns gebracht. Jetzt fehlt nur noch der Weg an die frische Luft. Also, bleibt am Ball. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Cheerio. Ich bedanke mich wieder.